ARD Text im Auftrag von Funk Was gab ihr gerne ein Schnittchen? Hallo und herzlich willkommen liebe Leute bei DaluCard Willkommen zu Titan 2 Und wir haben uns entschieden, wir hauen direkt ab Hallo Und bei mir seht ihr gerade leider das Default Texture Pack Weil das Takt gerade ein Problem macht Und da vorne sind die kleine Lücke, durch die hauen wir jetzt ab Okay, es geht los direkt Nicht viel Vorbereitungszeit Abhauen, abhauen Und rennen Wir haben die ersten 2 Minuten Fallschaden nicht gedingt Wir springen runter oder? Ja direkt runter Direkt komplett weg Wo bist du Schnucki? Bin da, bin da, bin da Ich hab keinen gesehen Ich bin da nach oben und dann weg Ja wir gehen nach oben Aber ich hab keinen gesehen der mit runter gesprungen ist Doch jetzt die ersten kommen Die ersten kommen So komm Das sind die Porky's Ja Da hinten durch die Klippe durch Da wo die Bäume sind Ja seh ich seh ich Alles klar Ich bin grad wieder ein bisschen Hinter uns sind immer noch die Porky's Ja aber Die sind Abgebogen Kannst du mal ganz kurz checken Ob hinter uns einer kommt Dann hau ich den Baum hier eben weg Ja, du haust den Baum um Ich mach zwei Schwerter direkt Lol, ich bin wieder abgestürzt Oh, ich warte hier Ich bleib hier stehen Lol Ah, das ist echt bitter Was ist denn das? Ich bleib immer noch hier stehen Das passiert gerade wohl öfter Das ist richtig scheiße gerade Komm schon Komm, 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 komm Hier kommen welche? Oh Gott Die kommen direkt auf uns zu Ich hab den Schwert zugeworfen wenn du da bist Ich hab ein Schwert Okay Wolltest du die haben? Ich hab mir auf jeden Fall zweimal gehittet Die hauen ab Wollen wir auch abhauen? Die hauen ab Wir lassen sich auf den Fight ein Das war knapp, ey Boah, scheiße, ey Was ist denn los mit Minecraft? Warum ist denn das hier zweimal abgestürzt? Ich hab nur die Workbench mitgenommen War keiner mehr da Wir gehen erstmal weiter, ja? Wir gehen Hier unten ist eine Höhle Oh Gott, das ist ein Jump'n'Run Alter, lass da nicht reingehen Nicht? Ich bin Adventure Map-Meister Wobei da unten ist die Kiste Die kann gar nicht so geil sein Wie kommen wir denn am besten hier weiter? Hier Na nach oben Warte, kannst du einen Erdblock abbauen? Ja Wunderbar Alles cool Ich bin dafür, wir gehen noch ein Stück Und? Ja, auf jeden Fall Wir haben hier eigentlich... Aber wir sollten nicht rennen Ja, stimmt, essen Ey, hinter uns sind welche? Die haben nichts Die haben keine Waffe Doch einer von denen hat eine Waffe Ein Stein sperrt aber Oh, oh Okay, du bist, du bist, du bist Komm, Bram Einer hat gut kassiert, komm, den hast du Nein, 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 auch noch, komm Einen Hit noch Ja! Scheiße Du hast beide gekillt, aber wir sind auch beide tot Ja Das ist ein... Moment, dann haben wir ein Leben nur verloren Weil wir haben ja eins dazu bekommen Stimmt Das war gut, das ist gar nicht so schlecht Was machen wir denn? Wir sehen schon alles Guck dir das mal an im Respawn-Bildschirm Stimmt, die hatten viel Ja, ja, ich hab auch noch nicht gedrückt Oh, es hat aber auch kurz gelaggt Wie ungünstig Aber wir haben nur ein Leben verloren Wir haben nur ein Leben verloren Ja, wir haben nur ein Leben verloren Das schon mal... Weil wenn man jemanden tötet, bekommt man ein halbes Leben Wenn man stirbt, verliert man eins Wir sind beide gestorben Das heißt minus 2 oder plus 1 Das war gar nicht so übel Genau Also ich hab noch nicht auf Respawn gedrückt Wie gesagt, wir haben jetzt die Chance im Laufe des Spiels auf Respawn zu drücken Eins dieser Leben einzulösen Dann spawnen wir aber wieder da oben Richtig, wir hätten zwar 2 Minuten Schutzzeit Aber momentan laggt der Server auch Und dein Spiel crash dir ab und an Ich weiß nicht, was am geschicktesten wäre gerade Ich bin dafür, dass wir einfach kurz noch warten Also so 1-2 Minuten Ich weiß, liebe Zuschauer, das ist natürlich sehr hart Aber das jetzt rein aus der taktischen Perspektive Ich schlag das jetzt einfach mal vor Natürlich, Dalu, wenn du was anderes sagst, ja dann... Ja, ne? Aber dass da oben sich die Lage ein bisschen beruhigt Ich überleg nur grad, was passiert Wenn wir jetzt nochmal sterben sollten Wir hatten 3 Leben am Anfang Genau, damit es 2 Wir haben jetzt noch 2 Leben Wenn du stirbst, fallen wir auf 1 Leben Wenn ich sterbe, fallen wir auf 0 Kann ich dann nochmal spawnen? Genau Haben wir also beide nochmal die Chance neu zu spawnen? Ich würd sagen schon, ja Weil dann sind wir ja eigentlich erstmal auf der sicheren Seite Genau, aber das Problem ist, wir bald respawnen Und da oben werden wir gleich... Wobei wir haben 2 Minuten Schutzzeit, wa? Jaja, wir können auf jeden Fall wieder irgendwo runterspringen Aber der Server scheint grad extrem zu laggen Wenn ich den Chat hier so richtig verfolge Also da scheinen grad ein paar Probleme zu sein Das möchten wir natürlich jetzt nicht weiter ausnutzen Also nutzen wir in dem Sinne aus, dass wir ganz kurz an dieser Stelle noch warten Ähm, aber... Wie gesagt, man sieht da nicht so viel Das ist total krass, was die von mir haben schon fallen lassen Die haben Brote, da liegen Schnüre, da liegen Tränke und so weiter Das Problem ist, es lohnt sich jetzt auch nicht einzulocken Den gleichen Weg nochmal zu laufen Und zu hoffen, dass wir das einsammeln Weil bis dann ist es bestimmt despawned Da waren jetzt... Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast Du hast zwar... Du hast ja beide Leute umgehauen Aber da kam grad noch eine andere Gruppe Die ist ja einmal durchgehuscht Genau Die ist bei mir einmal durchs Bild gehuscht, ja Peter ist raus Peter ist gegangen Genau, Peter und Jay spielen natürlich auch mit Bei uns aus dem Team Keine Ahnung, warum der Left the Game hat Ich glaub der ist aber auch nicht gestorben Wird vielleicht auch ein Disconnect gewesen sein Glaube ich auch, ja Weil sonst wäre Jay ja auch gegangen Genau, aber jetzt stellt sich die große Frage Was tun wir? Also wenn wir jetzt spawnen, haben wir ja 2 Minuten Zeit Dann sollten wir uns direkt erstmal umgucken 360 Grad In welche Richtung gerade die wenigsten Leute sind Weil es werden auf jeden Fall noch welche in der Stadt sein Ja Sollen wir dann jetzt joinen? Okay, am besten dann jetzt Okay Okay, ich bin gespawnt Ich bin gespawnt 2 Minuten Schutzzeit Hier wird nichts mehr drin sein Meinst du, ich guck kurz nur 5 Kisten noch Nee, nee, nee Ich hab hier gar nichts Hab auch ein paar durchgehuscht Nee, da ist immer Erde drin und so Aber der Regen ist grad auch echt bitter In welche Richtung wollen wir gehen? Weiß ich nicht Wir könnten halt durch die Häuser jetzt gehen In die Richtung Also Du willst sozusagen in der City bleiben? Leute Was denn? Du bist wieder raus Ich hab mich wieder abgestürzt Alter Das macht mich gerade so fertig Ich check weiter Kisten, solange du raus bist Das macht mich so fertig Mit so Zeit du grad die ganze Zeit abstürzt Das hat's in der Probe Ich hab Probeaufnahmen gemacht Nicht einmal gemacht Ja, aber es haben Es haben Mädel Ja Ich glaub auch ganz ehrlich Das es nicht unbedingt an mir direkt liegt Weil es halt mehrere haben Ja Also Cubewagger draus, Pete Also es scheint dir wirklich ein, zwei Fehler zu geben Okay, du bist wieder da Ich hab in viele Kisten noch durchgeguckt Hier ist wirklich nichts mehr zu finden Bin bei dir Okay Sollen wir dann die Häuser durchsuchen und hoffen? Wollen wir in eins der größten Häuser gehen Damit wir halt oben bleiben können vielleicht Wenn wir nämlich sneaken Sind wir da vielleicht ja ganz gut geschützt Hier in dem zum Beispiel Ja, dann lass das machen Wenn wir hier einfach mal hoch gehen Ähm, abbauen ist ja erlaubt Oh! It's a trap Was ist los? Ja, so ne Druckplatte Oh ja, stimmt Hier gehts noch höher bei mir Also, ja, also müssen wir aufpassen Hä? Okay Wir sind noch 10 Sekunden geschützt Oh, dann hast du ähm Ne, müsste mehr sein Das Ich hab hier Holz gefunden Also ich baue uns erstmal Schwerter Ähm, müsste mehr als 10 Sekunden sein Du hast die 10 Sekunden, weil du neu auf den Server gekommen bist Wo bist du gerade? Ja, okay Ja, ich stehe noch ein paar Gänge hinter dir Ja, aber da vorne ist die Truhe Bin denn da Und dann baue ich nur kurz das Ding ab Wo ist das? Ich kann das nicht abbauen Doch, doch, du bist dran Ist gleich kaputt Ne, äh, das ist halt weggeploppt und kam wieder Und Titan ist abgestürzt Das ist echt nicht cool Alter, was ist das denn? Das ist ja der Shit, äh Ich warte wieder hier auf dich Woher könnte das denn liegen, ey? Naja, aber es stürzt ja ohne Fehlermeldung ab Das ist ja schon irgendwie strange Irgendein Plugin oder irgendein Mod, der nicht richtig läuft Hast du irgendwas installiert wie dann Optifine oder den anderen Käse noch? Ja, Optifine schmeiß ich schnell raus Oh, oh, Bram Wenn du kommst, sneak direkt Ja, ich komm sofort Mr. Maul ist hier in der CD Okay So, ich starte grad neu Diesmal ohne Optifine Pete wurde getötet Du wurdest getötet Pete Von Thunder Du bist tot oder was? Pete's Meat Pete Hab ich gesagt Nicht ich, nicht ich Alles gut Ich hab den Holzschwert zugeworfen So Sneak Hast du's bekommen? Ne, sofort So, jetzt hab ich eins So, was hier mit der Kiste, die da drunter ist Unter diesem komischen Block Die wollen wir doch bestimmt haben, oder? Ich kann das nicht abbauen Ich kann das nicht abbauen Vielleicht ist er doch Hast du, hast du Alter, wie das leckt Äh, Pete ist gerade neu gespockt Leider noch Schutzzeit jetzt Alles klar Sneak hier wieder Wir versuchen weiter nach oben zu kommen erstmal, ne? Ja Gerade hier so ne Leiter kann man doch eigentlich ganz gut verteidigen Einer ist hier mit uns im Dings, ja Bin oben, du kannst komplett hoch sneaken Ja, ich weiß Jetzt krieg ich aus den Adventure mit Folgen Ah, okay Wie geht's weiter noch? Ich hab grad auch nicht die optimalen Frames, aber egal Ne, hab ich auch nicht Es lag bei mir auch extrem Also, äh Nicht so Server lag mäßig, sondern FPS mäßig eher Ja, ich hab grad tatsächlich nur so 25 Frames oder so Ist nicht so mega viel Aber gut So, ich geh mal weiter nach oben Immer schön gucken, ob da nicht irgendwie in der Falle läuft oder so Hier was zu gucken Ne, sieht nicht so aus Du gehst die Leiter hoch Einer hat ne Tour aufgemacht Klinggarn Ist der hier bei uns mit drin? Ich bin Ich weiß, ich kann das Haus nicht einschätzen Das war ein sehr großes Haus Ne, die gehen weiter Ja, das sind natürlich diese scheiß Diskurs und seite haben uns natürlich jetzt als Team auch krass zurückgeworfen Moment mal ganz kurz, bleib mal ganz kurz stehen Ja, ich stehe Weil ich hab ja den Block So'n Block mit nem, mit nem Foto vor Und ich könnte mir vorstellen, ob man da durchlaufen kann Du baust gerade sozusagen Ich seh den Block, wie du ihn abbaust auf meiner Seite Du baust den Block dahinter ab Ja Hier kommt man auch nicht hoch Oh, bei mir macht das Internet grad ein paar Probleme Kannst du ganz kurz auf mich aufpassen? Ich muss kurz weg Ich pass auf dich auf Lass mich nicht hängen Sorry, sorry, ich konnte nichts mehr machen Kein Problem Es geht ja Shift, 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 shift Ich sneak schon, ich sneak schon Wo bist du? Ich steh über dir Scheiße, du bist Du siehst mich? Bewegt dich mal ein halb Meter nach vorne Ich bin hinter dir Ich bin einen Meter hinter dir Lol Bei mir stehst du immer noch da, wo du immer noch stehst Ja, ich hatte Ach du auch Oh, dann war das gar nicht ich, kann das sein Hast du sie? Ah, da bist du, da bist du Ja, ja Okay, gut Oh, Alter ist das Spiel laut Boah, Jungs, Mädels, tut mir leid So, einmal ganz kurz hier Da ist nichts Hab schon reingeguckt Hab schon reingeguckt Boah, das Spiel ist viel zu laut Ich stell grad kurz ein Weil die einzigen, die bei uns in der Nähe sind sind Jay und Pete So wie ich es gesehen hab Okay, so Wir haben noch 5 Minuten circa Ja, sollen wir weiter nach oben? Ja, wir können auf jeden Fall noch gucken, was jetzt oben ist bevor die Folge endet Weil nächste Folge müssen wir dann Action machen Boah, leck mich am Arsch Ey, was eine chaotische erste Aufnahme Das hab ich noch nicht gesehen Kommen wir hier hoch? Da kommen wir hoch Ne, hier kommen wir nicht weiter Geht's nicht weiter? Geht's hier irgendwo rein? Ne, ne Oh, hier wär so ne Terrasse auf der anderen Seite Aber ich glaub, da kommt man nicht wirklich hin Ich will jetzt nichts versuchen Äh... Boah, mal kurz hier Dir gegenüber Aber dann wär's ja irgendwo auf der Außenwand Ich seh auch keine Kisten grade Hier kommt man wieder in ein Haus rein, wo ich grade bin Moment, wo bist du? Äh... Stell mal ganz kurz auf Jetzt, ich steh grad Hier an der Tür, wo wir uns grad getroffen haben Alter Wenn du hier wieder reingehst, kommst du wieder in ein Gebäude rein Ah, nächstes Gebäude, okay Aber das geht halt nur nach unten Oh cool, Moment Ah, ne Kiste, sehr gut Nehmen wir die Kiste doch mit Die ist leer, verarscht mich doch nicht Bist du nach oben geklettert? Äh, ne ne, ich bin immer noch in dem Haus Immer noch in dem Haus Hier, ah, du bist jetzt hochgegangen Hier oben sind zwei Betten Ich glaub, wir werden hier nix wirklich finden, was von... Von Nutzen ist Der Ofen vielleicht, was drin? Ne, ist auch leer Können wir es mitnehmen Oben ist noch ein Dispenser Ist auch leer Alles scheiße Das lief alles nicht so, wie es hätte laufen sollen In der ersten Folge Aber ich glaube Boah, ist mega light auch für die Zuschauer Ja, Lederrüstung Kann man die nehmen? Kannst... ja Cool Ich hab Webs gefunden Gehen wir mal hin Gehen wir mal weiter Also wir werden uns jetzt die erste Folge auf jeden Fall in dem Haus auftreiben Und dann ist halt gut Und dann müssen wir danach nochmal gucken, wie das mit Stabilität und Performance aussieht Und dann auch nochmal fragen Ich bin da sehr gespannt auf die Ansage Oh, guck mal hier ist wieder... Wir wollen ja... wir wollen ja immer noch was reißen können Dafür sollte halt dann alles dann laufen Genau Redstone Kohle Und Netherwarzen Kohle ist vielleicht gar nicht so schlecht Und Netherwarzen haben wir Hier unten ist nochmal ein Oven Wieso sagt der Wasser? Was ist das? So, ja stimmt Ja Hier, ich hab ein bisschen Essen gefunden auch schnell Oh cool Ich bin zwar gerade voll mit Essen Aber gut zu wissen schonmal Kannst du erstmal behalten Und ich hab Sugar Canes Nice Nice Oh, hier durchsneaken Moment, hatte jetzt einer die Aufnahme im Blick Die Aufnahmezeit Wir müssten eigentlich schon drüber sein Ich glaube mehr... Wir sind auch fast unten, ne? Das heißt, wenn wir dann die nächste Folge machen, können wir direkt abhauen Da ist sogar der Weg nach unten Das heißt, wär gar nicht so schlimm, wenn wir uns hier ausloggen würden Ja Also ich weiß gar nicht, wie lange wir noch auf der Uhr haben Ich glaub, da war mal hinterher Also auf jeden Fall, so hier würde ich sagen Da hinten noch einmal schnell gucken Aber ich denke auch, dass wir drüber sind Weil wir waren ja auch wieder viel auf dem Server und so In dem Fall ist wieder nix drin in beidem Und hier geht's schon raus Ist da draußen überhaupt einer? Gesehen hab ich keinen Also die einzigen, die ich so in der Stadt dann halt gesehen hab Nach dem Respawn waren halt nochmal Pete und Jay Die sind beide nochmal hier gewesen Okay, einfach liefen ist am fairesten Wollen wir dann auch lieber gehen Ja, ich würd sagen, wir liefen dann jetzt auch, oder? Ich hoffe mal, dass uns da keiner einen Strick draus drehen wird Dankeschön für's Zuschauen auf jeden Fall bei der ersten Folge Teil 2 Wir leben noch, immerhin Ein mega chaotischer Start Ich hoffe, ihr verzeiht uns das Das Projekt, serverseitig, hat's beim ersten Mal richtig geleckt, wie ihr gemerkt habt Mittlerweile sind die Frames bei mir aber auch mega in Ordnung Jetzt geht's bei mir auch Also, in Ordnung, immer noch nicht bei 60 flüssig, aber mega in Ordnung Alle liefen, wir bedanken uns, beim nächsten Mal loggen wir uns einfach hier ein irgendwo Und ich würd sagen... Grußeluh! Bis zum nächsten Mal, tschüss! Und dann, da, geht's! Und dann, da, geht's! Da, geht's! Und dann, da, geht's! Einmal, genau, mache!